Einer der wesentlichen Vorteile, die im Zusammenhang mit dem Intervallfasten immer wieder genannt werden, ist die Autophagie. Unser zelluläres Recyclingprogramm, bei dem der Körper fehlgefaltete Proteine und beschädigte Zellorganeien abbaut, um die Zellen einerseits zu reinigen und funktionsfähig zu halten und andererseits um die freigesetzten Zellbestandteile wieder zu verwerten. Bei der Vielzahl an Methoden des Intervallfastens, wie der 16 zu 8, der 20 zu 4 oder der 5 zu 2 Methode, stellt man sich natürlich die Frage, wie lange muss man mindestens fasten, um die Autophagie zu aktivieren, beziehungsweise nach wie vielen Stunden Fasten setzt die Autophagie ein. Genau für diese Frage möchtet ihr heute so gut es geht eine Antwort liefern. Vorab ist aber wichtig zu erwähnen, die Autophagie ist nicht entweder ein- oder ausgeschaltet, sondern findet ständig in einem geringen Maß in unseren Zellen statt. Wenn das nicht der Fall wäre, würden sich in unseren Zellen unkontrolliert Stoffwechselendprodukte akkumulieren, die zwangsweise zum Untergang der Zelle führen würden. Dementsprechend ist die Autophagie kontinuierlich auf einem geringen Level aktiv, sie kommt aber erst in Stresssituationen richtig in Schwung und der Stressor, der die Autophagie am effektivsten ankurbelt, ist ein Nährstoffmangel. Dementsprechend geht es hier nicht darum, wann die Autophagie eingeschaltet wird, sondern darum, nach welcher Fastendauer sie durch einen Nährstoffmangel signifikant verstärkt wird. Wie es bereits zu erwarten war, gibt es jedoch für diese Frage keine pauschale Antwort, so gern ich auch einfach eine Stundenzahl nennen würde. Wann die Autophagie angeregt wird, hängt nämlich vom individuellen Stoffwechsel der Person ab. Dafür müssen wir verstehen, dass die Autophagie nicht ohne Grund aktiviert wird. Sie ist eine Strategie des Körpers, um das Überleben der Zelle zu sichern. Denn wenn wir über einen längeren Zeitraum keine Nahrung zuführen, müssen wir unseren Zellen auf andere Energiequellen zurückgreifen. Die erste Energiequelle, die der Körper nutzt, sind die Glucogenreserven in der Muskulatur und der Leber. Das Glucogen kann schnell in Glucose umgewandelt werden und Energie liefern, ist aber ebenso schnell auch wieder aufgebraucht. Danach setzt die Gluconeogenese ein. Das ist die Bildung von Glucose aus Aminosäuren. Und die Gluconeogenese ist auch der Stoffwechselweg, auf dem die Autophagie basiert. Denn bei der Autophagie werden Proteine abgebaut und in Aminosäuren zerlegt. Und diese Aminosäuren werden dann im Rahmen der Gluconeogenese in Glucose umgewandelt. Erst danach setzt die Ketogenese ein. Das ist der Stoffwechselzustand, bei dem der Körper aus gespeicherten Fettsäuren Ketonkörper bildet und diese als Energiequelle nutzt. Aber hier ist ganz wichtig zu erwähnen, dass die Stoffwechselwege nicht strikt nacheinander ablaufen, sondern sich nur der prozentuale Anteil an der Energiebereitstellung ändert. Warum habe ich das Ganze jetzt erwähnt? Ganz einfach, weil wir hier erkennen, dass die Gluconeogenese bzw. Autophagie erst dann richtig in Schwung kommt, wenn das Glykogen aufgebraucht ist. Das macht ja auch Sinn, denn wenn der Körper auf schnell verfügbare Energien zurückgreifen kann, hat er keinen Anreiz, die Autophagie anzuwerfen. Daraus kann man ableiten, je früher der Körper auf seine Glykogenreserven zurückgreifen muss, desto früher setzt auch die Autophagie ein. Ausschlaggebend dafür ist das Insulin-zu-Glucagon-Verhältnis. Die Autophagie wird getriggert, wenn wenig Insulin und viel Glykagon vorhanden ist. Insulin ist ein Anabolishormon und wird ausgeschüttet, wenn wir nach einer Mahlzeit einen hohen Blutzuckerspiegel haben. Wenn wir hingegen lange nichts gegessen haben, ist der Insulinspiegel entsprechend niedrig. Darauf reagiert der Körper mit einer Ausschüttung von Glykagon. Glykagon sorgt dafür, dass der Körper seine Energiereserven mobilisiert und aus dem Glykogen Glykose bildet. Daran erkennt man die Einflussfaktoren, die bestimmen, wie schnell die Autophagie einsetzt. Je schneller der Insulinspiegel sinkt, desto schneller steigt der Glykagonspiegel, desto schneller sind die Glykogenspeicher verbraucht und desto schneller wird die Autophagie induziert. Ein wichtiger Faktor dafür ist unsere Kalorienaufnahme am Vortag. Durch eine milde Kalorienrestriktion am Vortag, natürlich aber bei Sicherstellung der Mikronährstoffversorgung, kommt der Körper schneller in einen energetischen Mangelzustand und induziert die Autophagie deutlich schneller. Aber nicht nur die absolute Kalorienaufnahme, sondern auch die Makronährstoffverteilung am Vortag beeinflusst, wie schnell die Autophagie induziert wird. Wenn wir uns kohlenhydratarm, proteinarm und fettreich ernähren, uns also in Richtung einer ketogenen Ernährung bewegen, kommen wir ebenfalls schneller in die Autophagie. Der Körper stellt dann nämlich seinen Energiestoffwechsel auf die Ketose um und der Fastenzustand wird quasi nachgeahmt. Das bedeutet, wir haben einen niedrigen Insulin- und hohen Glykagonspiegel und gerade dieses Verhältnis fördert ebenfalls die Autophagie. Was aber natürlich genauso beeinflusst, wie schnell die Autophagie induziert wird, ist unser Kalorienverbrauch am Fastentag selbst. Je mehr Energie wir verbrauchen durch geistige und körperliche Arbeit, desto schneller kommen wir in einen energetischen Mangelzustand, auf den der Körper mit einer Steigerung der Autophagie reagiert. Der größte energieverbrauchende Faktor, den wir steuern können, ist Sport. Wenn wir also in der Fastenphase intensiv Sport treiben, wird die Autophagie viel schneller induziert. An diesen Faktoren erkennt man, dass es total lebensstilabhängig ist, wie schnell die Autophagie stimuliert wird und dementsprechend schwer ist es, hier eine pauschale Stundenanzahl zu nennen. Trotzdem, eine grobe Angabe möchte ich machen. Man geht davon aus, dass die Autophagie nach ca. 12 bis 14 Stunden Fastendauer angeregt wird, nach ca. 72 Stunden Fastendauer das höchste Level erreicht hat und anschließend wieder abnimmt. Denn wie wir vorhin gesehen haben, ist die Autophagie bzw. die Gluconeogenese keine langfristige Energiequelle für den Körper, sondern eben die Ketogenese, die Umwandlung von Fettsäuren in Ketonkörper. Der Körper hat nur begrenzt die Möglichkeit, Autophagie zu betreiben, weil auch nur begrenzt beschädigtes Zellmaterial für den Abbau zur Verfügung steht. Wenn der Körper dann weiterhin Autophagie betreiben würde, würde er Raubbau an wichtigen Proteinen betreiben. Deshalb geht die Autophagie nach ca. 72 Stunden Fasten wieder zurück. Wir sehen aber daran, dass wir theoretisch 72 Stunden, also 3 Tage Fasten müssten, um das Maximum an Autophagie rauszuholen. Die klassische 16 zu 8 Methode des Intervallfastens ist also nicht gerade optimal, weil die Autophagie bei dieser Methode gerade erst leicht in Gang kommt und wir sie dann durch das Essen direkt wieder unterbrechen. Deutlich besser in Bezug auf die Autophagie sind Methoden, bei denen man einen ganzen Tag vollständig fastet, wie z.B. bei der 5 zu 2 Methode oder eben eine ganze dreitägige Fastenphase. Ich bin trotzdem ein Fan der 16 zu 8 Methode, weil sie im Vergleich zu ganzen Fastentagen für die meisten Menschen relativ leicht in den Alltag einzubauen ist. Und wenn man merkt, dass man mit der Methode gut klarkommt, kann man dann ja immer noch schauen, ob man die Fastenzeit noch weiter verlängern möchte. Unabhängig davon hat man aber den Vorteil, dass man die 16 zu 8 Methode täglich anwenden kann und somit auch täglich die Autophagie anregt, wenn auch nur leicht. Diesen täglichen Effekt kann man schließlich durch Sport und die Ernährung noch weiter verstärken. Und dazu kommt, dass man sich ja nicht für eine Seite entscheiden muss. Man kann das Intervallfasten zu einer täglichen Gewohnheit machen und zusätzlich einmal im Monat oder wie oft auch immer eine dreitägige Fastenphase einbauen, bei der man dann das maximale Autophagie-Level erreicht, wenn man es denn möchte. Und damit sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, du konntest wieder einiges für dich mitnehmen. Wenn das der Fall ist, würdest du mir einen großen Gefallen tun, wenn du meinen Kanal abonnierst und mir einen Daumen nach oben da lässt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!